Wir sind heute beim American Football Training in Braunschweig. Die Kollegen machen sich schon ein bisschen hinter mir warm. Die, die ich heute umtacklen soll, die sind so 15, 16 Jahre jünger als ich. Ich weiß, es ist ein bisschen unfair, ja, aber ich mache ganz langsam. Ich tue keinem weh. Versprochen. Die Schmerzen sollen irgendwann aufhören. Ich blute am Knie. Aber meinen Mitspielern geht es schon wieder besser.